Wer schon mal von einem 10 Meter Brett gesprungen ist, weiß wie hoch das ist. Ehrlich gesagt wird mir in der Höhe schon mulmig und dabei weiß man, was einen unten erwartet. Es kann eigentlich nichts schief gehen. Ganz anders jedoch beim Klippen springen. Aber genau das ist der Kick an der Sache. Ratzfatz von 0 auf 90 Stundenkilometer. Unglaublich. Das ist Extremsport vom Feinsten und da gehört jede Menge Mut zu. Sehen Sie selbst.